Die Steine zum Sprechen Uns ist es wichtig, letzten Endes an dieser Stelle die Steine zum Sprechen zu bringen. Das heißt, die Geschichte, die dahinter liegt, zu erklären, Transparenz zu schaffen und vor allem immer auch wieder darauf hinzuweisen, mit einem großen Ausrufezeichen, das nie wieder in dieser Geschichte zu betonen und die Menschen letzten Endes mitzunehmen und ihnen die Information an die Hand zu geben.